Hi, willkommen, wir spielen Dark Souls und dass ich was sehen kann, aber manche ich spiele es und ihr müsst mir helfen. Hier ist der Schlüssel? Nicht ganz. Nein, hier ist auf den. Ist da die Tür? Nein, da ist der Scheißhaufen. 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 Muss nach links. Dort mit dem Eimer. Oh Gott. Jetzt ist es beim Stroh. Nach links. Ja, jetzt bist du da. Genau da. Perfekt. Jetzt gerade auslaufen. Wie ist die Kamera gerade? Oh, Richtung ist glaube ich besser. Warte mal, warte mal. Dreh dir mal bis nach links die Kamera. Stell dir eine Uhr vor oder so. Gerade auslaufen jetzt. Okay. Oh Gott, ich dachte es wird gut laufen, aber inzwischen bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Nein, nein, du kommst gut voran. Glaub an dich. Okay. Noch ein bisschen mehr nach rechts. Komm mal noch ein bisschen. Ja, ja, ja. Perfekt. Perfekt. Jetzt weiterlaufen. Weiter geradeaus. Du bist an der Leiter. Ja, da, 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 da. Ja, perfekt. Ich bin der Leiter? Ja, ja. Ich dachte, ich bin noch im Wasser. Nein. Nein, jetzt zwölf Uhr jetzt kannst du machen. Ja. Also direkt geradeaus auf deinem Steak. Okay. Stopp. Oh, das war knapp. Ja, du bist dran vorbeigegangen. Jetzt versuchen wir geradeaus zu laufen. Jetzt zwei Uhr. So. Ja, ein bisschen links. Ein bisschen links. Ich vergesse, wo wir hinwollen. Links. Er hat das. Er hat das. Das Promise Pika. Ja, dieses Schild. Okay. Oh, warte. Die steht von dem Gastrofon, dem Gaswappenschild mit Moggichu. Ja, genau. Ja, genau. Ja, du musst ein bisschen nach rechts auf die Kamera drehen. Dann musst du einfach nur auf uns hören. Nach rechts, so? Ja. Obst, ich habe zugeschlagen, das wollte ich nicht. Nicht kämpfen, nicht kämpfen. Links. Links, 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 links. Nur noch links, nur noch links. Du bist viel zu schräg gegangen. Und hau'n paar mal zu jetzt. Roll, roll. Oh Gott. Ja, okay, der Dämon hat das überlegt. Du musst nach links. Roll mal in Richtung links, aber eher zu dir hin. Jetzt straight links. Zu mir hin. Ja, ja, nach hinten. Jetzt immer noch nach vorne, aber wir meinen zu dir hin, zum Bildschirm hin. Ja, und jetzt. Perfekt. Nein, nein, nein. Du machst was da. Nein. Was? Nach rechts. Du bist in die Richtung des Tors gegangen. Ja, ich würde jetzt einfach gerade auslaufen und dann sagen wir, sobald wir links sagen, gehst du einfach, machst du einen rechten Winkel nach links. Okay, ja, ja. Genau. Okay, perfekt. Das ist nicht geradeaus, aber... Wie, ich drück nach vorn. Links, 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 links. Ja, gut. Jetzt rechts. Oh Gott. Oh Gott, dann schreckt ich auch nicht. Roll einmal. Oh Gott. Einfach, ja. Perfekt. Und jetzt links, 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 links. Ja, gut. Perfekt. Perfekt. Yes, yes. Yes. Oh. Wir haben es geschafft. Ja. Okay. Oh mein Gott. Bonfire, wo ist es? Und ich will nicht ins Wasser fallen. Denk dran. Du darfst, du darfst kein Zentimeter... Tick ein ganz Stückchen zurück. Zurück. Nur mal so zu dir. Okay, gut. Adrücken, 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 adrücken. Und jetzt nach links. Links. Du bist das... Genau. Ja, genau. Werner links, Werner links. Und jetzt geradeaus, jetzt geradeaus. Genau. Sehr gut. Vor dir kommen die Pfeile jetzt, ne? Pfeile? Vor dir kommen die Pfeile jetzt, ne? Jetzt links, 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 links. Das ist das Shit gewesen. Du bist schon ein Stück vorbeigelaufen. Du bist gerade vorbeigegangen. Ich habe ihn. Du drückst beim Arzt. Ja, du hast es. Perfekt. Habe ich ihn ausgerüstet? Oh mein Gott. Nein, du hast einen Schwergriff. Ein runter, ein runter. Das war der eine Trieb. Perfekt. Nein, nein, hör auf. Du hast es. Mach nichts. Raus aus dem Menü. Okay. Geradeaus. Perfekt. Ich höre keine Pfeile mehr, es macht mir Angst. Ja, der ist weggerannt. Der ist noch mehr gerannt. Er macht Ferien. Da liegt das... Warte, stopp, stopp, stopp. Jetzt einen ganz kleinen Ticken nach schräg links. Du darfst ruhig die Uhrzeiten sagen von dir. Oh, ich hab's. Ja, der ist breitschwert. Shit, das war einmal zu oft A, oder? Ja, du hast den Schwergriff im Ein hoch. Also einen Zug jetzt und dann ein A. Und dann... So. Okay, ich hab jetzt den Schild im Gegner vor dir. Der Gegner steht vor dir. Der steht vor dir. Genau, das ist gut. Perfekt. Perfekt. Und eingreifen. Schlag die Wand, dann solltet ihr miterwischen, oder? Er steht genau rechts vor dir. Oh nein. Er steht... Ja. Ja. Ich werde die Zweihändig halten. Wir bringen ihn um. Links von dir. Links von dir. Rechts von dir. Links von dir. Ich hab's gehört. Ich hab die Seelen gehört. Jetzt geradeaus, dann kommt die Kugel. Das ist geradeaus. Also ein paar Meter. Vertrauensseinfach, weil die Kamera hat sich gedreht. So. Genau. Jetzt kommt die Kugel. Ich wurde nicht von der Kugel erwischt, oder? Voll ausgewischen. Nein. Und jetzt bist du auf dem Weg nach unten gerade. So, jetzt bin ich bei der Treppe unten. Ja. Stehe ich vor, Oskar? Ja. Geradeaus stehen müssen? Ja, aber der Ruhstück nach vorne. Geradeaus stehen? Ja, da ist er. Perfekt. So, dann hab ich jetzt auch meinen Estos. Estos Flakon. Perfekt. Ja, und den Schlüssel. Okay. Du bist halt jetzt so aufgefallen. Spannend. Okay. Es ist halt so... Es ist halt so... Es ist halt so... Es ist nichts Persönliches. Why? Oh nein! Jetzt hab ich schlecht ins Gebein. Ich sag vor Gericht, du hast nichts gesehen. So, jetzt noch mal wieder... Ich... Genau, elf Uhr oder geradeaus und dann sofort links. Oh, du bist jetzt perfekt die Treppe nach oben gegangen. Hör auf. Ich will nicht so viel Fallschaden nehmen. Genau, stopp. Bin ich jetzt wieder unten? Ja. Stell's dir so vor, als... Das Bonfire ist jetzt so vier Meter von dir entfernt und ein Meter nach rechts. Also, sozusagen vier Meter nach vorne, einen nach rechts. Okay. Was haltet ihr davon? Das ist ne Beschreibung! Danke! Oh, okay! Obdrehe ich die Kamera? Nein, das ist okay, das ist perfekt! Das war super. Du hast die Tür nämlich jetzt im Blick. Lauf einfach geradeaus. Dann müsstest du die Wand entlang... Ja, ne, da ist ne Säule. Das heißt, ich werde eher ein bisschen linksbündig hochgehen. Und denk an den Gegner oben. Ich denk an den Gegner, ich halte mein Schild oben. Sehr gut. Er sieht dich, er kommt an. Er haut... Hau ihn auf die Fresse! Oh, yes! Perfekt! So, egal was ist, du gehst jetzt nicht rechts. Ja, oh Gott, sehr gut. Ein bisschen links, halt. Ein Stück nach rechts. Was? Ganz, ganz, ganz. Ganz, ganz, ganz wenig nach rechts. Jawohl. Auf gar keinen Fall nach rechts, aber ein bisschen nach rechts. Okay, du bist jetzt draußen. Okay, du bist jetzt draußen. Riechst du die frische Luft? So, sind hier die Gegner schon? Jetzt kommen die gleich. Ja, jetzt kommen die. Jetzt kommen die von links. Psst, von links. Halt dich nach links. Ich komme von links. Hinter dir. Er ist genau hinter dir. Ja, er steht links. Nach links, genau. Perfekt. Und jetzt zuhauen. Da sind sie. Oh Gott. Haben wir sie? Ja, nochmal. Nochmal. Nein, du hast ihn gekickt. Wo steht er? Nochmal. Links schlagen. Links schlagen. Links. Okay, jetzt rechts oben. Ja, rechts kämpfen. Ja. Links kämpfen. Links. Er ist tot. Kämpf. Oh, du hast ihn getötet. Ja, auch mehr kämpfen. Beide tot, beide tot. Wo schaue ich gerade hin? Du schaust gerade in die Berge. Komplett woanders hin. Auf die Berge. Das heißt, ich will da entlang? Nein. Nein, du willst genau die andere Richtung drehen. So? Genau, genau. Immer weiter zu dir hin. Ja. Ich glaube, du triffst jetzt. Nach rechts jetzt. Nach rechts zu holen? Oh mein Gott, er ist so lecker. Ich habe noch nie gesehen, dass er das gemacht hat. Er rennt weg. Oh nein, er ist nicht gut. Jetzt hast du auf die Schnauze. Ja. Jetzt nochmal. 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 Wo ist er? Der RAF verteidigt. Verdammt. Bisschen mehr links. Du schlägst so ganz ticken zu dir drehen. Oh, du haust die ganze Zeit gegen die Wand neben ihm. Ich weiß. Oh, wir haben ihn. Ah, du hast ihn getroffen. Wie viel Prozent Leben habe ich noch? Fast voll. Du hast fast alles. Okay, perfekt. Keine Angst. Der Ritter ist echt gut. So, wenn ich durchgehe, sollte sich die Kamera normalisieren. Ist das so? Ja, stimmt. Ja, ist so. Okay. Okay. Ich versuche einen doppelten Hit zu landen. Hat es geklappt? Hast getroffen. Hast getroffen. Klar, hat es getroffen. Hat einen dritten Schaden gemacht. Und du spisst unter seinem Bauch. Jetzt ist er direkt vor dir. Er haut, ja. Ich habe große Angst. Ich habe ihn anvisiert, oder? Ja. Ja, du hast ihn anvisiert. Hau ihn, du bist an deiner Wampe. Wir müssen dich jetzt einfach deinen Instinkten überlassen, glaube ich. Oh Gott, okay, 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 okay. Wir müssen sagen, wenn er springt oder so. Okay. Seine Keule holt wieder aus. Oh Gott, ich muss mich heilen. Ja, du musst dich heilen. Oh, das läuft nicht gut. Es hat nicht geklappt, aber heilen. 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 Ich bin tot. Ja, du bist tot. Ja. Denk dran, immer mal nach links oder rechts ein paar Rollenzuhe. Jetzt hinter dir? Also nach hinten? Halt dich links. Jetzt noch nicht an. Ja, jetzt. Oh Gott. Aua. Okay, wir haben ihn. Okay, jetzt tot. Jetzt ab, ah, 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 ah. Du kannst auch durch den Nebel. Ah, 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 ah. Das geht dann direkt da. Ja, perfekt. Okay. Bist du es durch den Nebel durch? Mach dein Ding. Oh nein, du hast ihn leider nicht erwischt. Ja, dann wäre das ziemlich verkackt, würde ich sagen. Na vorne rollen. Ja, ich glaube, das bringt nichts mehr. Das Ding ist leider, das Breitschwell macht doch Shit-Damage. Die Axt wäre stärker gewesen. Ach Gott. Können wir die Axt nicht sogar mitnehmen? Nein. Oh nein. Warum schlägt der so viel zu? Das war sehr schwer zum Schwellen, bevor er gerade war. Er war sozusagen hinter dir bei uns. Nach vorne gucken. Da ist er. Zuschlagen. Da ist er. Warum wäre ich denn die Schläge nicht ab? Zuschlagen. Weil du zweihändig bist die ganze Zeit. Warum bin ich zweihändig? Oh nein. Warum sagt mir das niemand? Weil du auf zweihändig gestellt hast. Trinken erst was? Ja, warum sagt mir niemand, dass ich den Schild nicht draußen habe und ich mit dem Schwert abwehre? Das ist wichtig. Ich wusste nicht, dass du es nicht wusstest. Warum soll ich mit dem Schwert abwehren wollen? Und jetzt kannst du mit A durch den Nebelrand schreiten. Du bist zweihändig aktuell. Okay. Oh, let's do das. Jetzt musst du es irgendwie hinbekommen. Wie viel Schaden? Oh, du hast ihn erwischt sehr gut. Er hat noch 60% Leben. Unter seiner Wampe. 50%? 40%? Er springt. Vorsichtig, er springt. Okay, gut. Warum heil ich mich? Oh, das war ein Fehler. Nee, das war gut. Okay. Nee, er hat dich nicht erwischt. Er ist nur drei Meter vor dir. Ja, da ist er. Perfekt. Oh nein. Alles so gut noch. Bleib einfach dran. Schlag, 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 schlag. Ja. Okay, er springt. Er springt, er springt. Er springt, er springt. Bin ich weggerollt? Er sollst du dich heilen. Heilen, heilen. Roll. Oh, shit. Heil dich. Heil dich, heil dich. Heil dich, heil dich. Heil dich, heil dich. Heil mich doch. Ja, gut. Sehr gut. Jetzt nach vorne und schlagen. Yes. Jawohl. Yes. Oh, wir haben ihn. Nice. Alter. Keine, ich meine, oh mein Gott. Oh Gott, es ist so hell. Oh mein Gott, ich bin blind. Oh, warum ist es so hell? Oh Gott, warte. Ich muss gerade. Oh Gott, es ist als hätte ich in der Höhle gelebt für die letzten drei Jahre. Wieso musst du nicht niesen? Das ist, ich weiß nicht. Wahrscheinlich, weil es ein anderes Licht ist. Oh mein Gott, ich bin sehr gespannt, in die Aufnahme zu schauen. Das war okay. Es lief. Es hat funktioniert. Wir haben es geschafft. Ich meine, der Kampf, der geschafft hat, das ist halt gut, dass er oft gesprungen ist. Das hat uns den Arsch gerettet. Ja. Auch wenn ich nichts gemerkt habe, dass ich weggerollt bin. Das ist halt, ich habe keinen Rumble gemerkt davon. Als ich gesagt habe, roll dich, und dann hast du die Fettroll gemacht, dann habe ich mir gedacht, oh nein, das war alles richtig. Ja, ich habe irgendwie die Falschrichtung und gesagt, ich bin auch tatsächlich mehr. Fuck. Rollen war gar keine gute Idee. Oh Gott, ich kann immer noch nicht als wir sehen. Aber hey. Das lief, das lief besser als Mauer 64, ohne was zu sehen. Ich will einfach mal sagen, dass ich mein... Das liegt aber auch am Spiel. Oh Gott. Jetzt habe ich den Kopfhörer am Mund. Aber gut. Wir haben es geschafft. Vielen Dank für eure Hilfe. Das werden wir nicht wieder machen. Ich denke, darauf können wir uns einigen. Oh Gott, meine Augen haben sich immer noch nicht ganz erholt. Okay. Vergesst nicht. Ihr könnt auch beim Mavis Kanal vorbeischauen. Da machen wir eben auch immer... Wenn wir aktuell dabei sind, Zeug aufzunehmen, nehmen wir möglicherweise immer was für seinen Kanal auf. Das mal eben in den Raum zu werfen mit irgendwelchen Multiclass-Spielen oder so. Schaut bei Mav vorbei. Er hat das Video gesponsert. Mit seiner Anwesenheit. Mavis Shadowman. Okay, bis zum nächsten Mal und gute Nacht. Gute Nacht. Ciao. Mavis Shadowman. Mavis Shadowman. Mavis Shadowman. Mavis Shadowman. Mavis Shadowman. Mavis Shadowman.